So, wir müssen nach rechts. Wir gehen aber wahrscheinlich auch nach links und wir erledigen die beiden. Shit. Wer kommt da oben jetzt wahrscheinlich in die Mitte hin oder sowas, ne? Ne, er bleibt da stehen, okay. Der kommt runter, das ist ja nett von dir. Ich will jetzt nicht mein letzter Blut auf ihr verschwenden. Maul halten. So. Okay. Der nächste. So, und jetzt den, der da hinten irgendwo ist. Der ist da hinten wieder hingegangen. Man kann auch da bleiben. So dringend habe ich es mit dem Töten heute mal nicht. So. Jetzt müssen wir in so ein komisches Büro. Und an 300 Feinde vorbei. Halleluja. Hier vielleicht rein? Auf jeden Fall gibt es die Gegner. Die ist schlecht. So, der bleibt an seiner Position. Der da hinten. Den kann ich ja mal wieder nicht aussaugen. Aber ich habe hier ein PDA. Mitnehmen. Äh. Er kommt, er kommt. Und... Maul halten. So, jetzt gehen wir zu dem anderen hier. Und werden diesen gleich aushauen, damit wir wieder ein bisschen Blutvorrat haben. So. Das ging doch schon fast zu einfach hier. Aber nur fast. Darum gehen wir jetzt auch weiter und suchen wieder die Gefahr. Da ist ein Radio. Das will ich nicht. Muss nicht sein. Oh, Lülle. Oh, shit. Nein, da schleicht keiner rum. Da schleicht keiner rum. Ah, verdammte K. Ist aber nur der eine hier, ja? Dann speichern wir doch mal vorsichtshalber ab. Gehen wir so ein Stück hier weiter. Er ist da hinten. Er ist da hinten. Du hast keine Chance. Ja, ja, das werden wir ja noch sehen. Was kommt denn hier rum? Zeig dich, Bestie. Na los, dreh dich um. Na los. Er will nicht. Genau, guck nochmal an der Decke. Ob ich an der Decke klebe? Wie eine Spinne? Ich glaube, ich spinne. Komm raus, bevor die Sonne aufgeht. Das kommt noch ein Stückchen näher oder so. Das geht natürlich auch. So. Okay. Dann können wir jetzt an den Computer des Abteilungsleiters hier. Schlüssel zumindest holen. Im Büro wurde ich tatsächlich fündig. Jemand hatte hier einen guten altmodischen Schlüsselbund vergessen. Einer davon würde mich durch die Tür in die Lagerräume bringen. Hoffte ich zumindest. Na, schauen wir mal. Erstmal wieder da hinkommen. Ist es noch weit? Ist es noch weit? Hier sind Gegner. Da kommt ja jetzt der Depp, den wir vorhin am Leben gelassen haben. Den werden wir jetzt eliminieren. Und jetzt müssen wir da hinten wieder runter, ja? Okay, okay. Ich gehe da mal. Dass wir auch die Bewegung von dem Ding da unten in Gang setzen. Es ist einfach nur... Wow. Wer hat sich denn so einen Scheiß ausgedacht? Nun gut. Wollen wir mal nicht meckern, wollen wir einfach weitergehen. Gut. Also weiter im Text. Aber nicht so. Schade. Dachte ich, ich könnte den da gleich mal eliminieren. Aber dann muss ich wahrscheinlich noch ein Momentchen warten. Nur ein Momentchen. Da links kommt gleich der nächste. Oh, der bleibt auch da stehen. Sehr schön. So, und der da hinten, der könnte jetzt mal ruhig abhauen. Ja, sehr schön. Und wir sorgen dafür, dass der hier nicht mehr nervt. Ah. Da ist ja auch noch ein Feind. Ist ja großartig. Scheiße. Wampfen. Maul halten. Das ist doch nicht wahr. Ich merke gerade hier rum. Brüht da rum. Wo kommen wir denn da hin? Okay. Okay. Also wir erledigen gleich den da hinten, der an der Kamera steht. Wenn der andere wieder weg geht. Und dann mal gucken, wie wir den Rest erledigen. Los, zisch ab. Es gibt nichts zu gucken. Ist doch nicht wahr. Guckt er hier, als wenn es keinen Morgen gäbe. Oh, Kisten. Ich habe noch nie Kisten gesehen. Es ist so schön, den ganzen Tag Kisten zu betrachten. Du mich auch. Verrecke. Das sieht natürlich nicht die Kamera. Und das interessiert sich auch nicht. So, wie gefällt mir das? So, jetzt kommt hier gleich der eine Typ zurück. Und dann ist der ganze nächste Raum da, links und rechts bewacht von den Deppen. Das gibt es doch nicht. So, kommt der jetzt mal? Oder nicht? Oder vielleicht? Man weiß es nicht genau. Überall die ganzen Kameras. Überall. Hm. Ich höre Schritte. Hat sich gerade einer bewegt. Und der da hinten ist auch weg. Sehr schön. Ah, das ist vielleicht der, den wir hier jetzt töten werden. Die Kamera hat mich jetzt fast erwischt. Und irgendwie auch nicht. So, wie machen wir jetzt den Rest? Können wir den hier erledigen, ohne dass uns einer nervt? Wir haben einen Mann verloren. Nein. Okay. Gut zu wissen. Greife Ziel an. Wir wissen, dass du dich irgendwo verstehst. Ja, ja, ja. Du mich auch. Komm, aber auch noch viele Gegner. Ich will doch nur meine Freunde befreien. Meine Güte. Und die stellen sich mir einfach so in den Weg. Und so. Blah, nee. Freunde, geht nicht. Ist voll scheiße. Ey. Alter. Ist nicht okay. Tschö. Da kommt jetzt noch einer raus. Sonst, wenn der hier gleich lang kommt, würde ich den gerne aussaugen. Sehr schön. Ah, von hinten werde ich erwischt. Schade. Gut, dann muss er so sterben. Ah, sie kommt von überall. Ist doch nicht wahr. Ähm, warte mal. Ich bin aber gar nicht da. Hm. Bisschen schneller reggen wäre jetzt nicht schlecht. Aber es regt sich auch schon langsam. So, drei Gegner jetzt hier. Das sind alle, die wir jetzt noch haben. Hier ist er nicht mehr. Sucht ihn. Scheiße. Wir haben einen Mann verloren. Ich hole mir den Vampir. So. Einer weniger. Und dich kriege ich so. Und der andere kommt hier jetzt noch gleich dran. Dann greif doch an. Maul halten. So. Geht doch. War doch jetzt gar nicht so schwer. Stell mich wahrscheinlich einfach wieder nur zu blöde an. So. Kommen hier wieder Gegner? Ja, natürlich kommen hier wieder Gegner. Und UV-Geräte. Ist ja ein Hammer. Freue ich mich ja. Hier ist wieder keiner. Ist gut, aber jetzt im nächsten Morgen kommen wieder viele. Oh ja, da kommen viele. Kann ich den aussaugen? Kann ich den aussaugen? Kann ich den aussaugen? Noch sieht es gut aus. Noch sieht es gut aus. Gut, dann kommen wir mit hier. Nicht, dass sich hier noch jemand entdeckt. Das wollen wir eigentlich, ne? Dann wird der Paul aber böse. So. Gut. Auf zu den nächsten Opfern. Aus, dreh dich um. Dreh dich um. Sehr schön. Er tut ja, was ich sage. Gut. Der nächste bitte. Okay. Ach, Maul halten. Hätten wir doch jetzt fast den Alarm ausgelöst. Da speichere ich doch mal lieber ab, weil das kriege ich nicht nochmal so hin. So. Oh, shit. Shit. Die Leiche muss weg, die Leiche muss weg, die Leiche muss weg. So. Okay, wir haben da einen, da einen, da einen, da einen. Vier Gegner. Machbar. Wir hatten schon schlimmere Situationen. Der kommt mal weg. Nervt mich. So. Dann ist die Frage, wen töte ich hier als nächstes? Ich glaube, wir werden den hier, der direkt vor uns ist und uns den Rücken zutritt, gleich töten. Kann ich wohl auch aussaugen, so wie es aussieht. Dann haben wir auch wieder unser Blut voll. so. Und. So. So. Now. So. So.